Hallo meine Lieben, herzlich willkommen! Wir spielen weiter Xenoblade Chronicles 2. Falls ihr euch fragt, warum wir sie hier gerade in der Gruppenauswahl sind. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Finale und haben jetzt in der letzten Folge einmal in einem Rundumschlag die komplette Geschichte der Welt erfahren. Was jetzt nicht so schlecht ist, ne? Aber wir müssen direkt weiter Malus aufhalten. Der will nämlich Aion aktivieren. Das ist die größte Wumms-Bumms-Krawumm-Waffe der Welt, die alles kaputt machen kann, soll, wie auch immer. Ja, müssen ihn aufhalten. Ich hätte eigentlich gerne lieber Kling-Nia, aber ich habe jetzt erstmal die normale Nia gekriegt. Aber gut, vielleicht kann ich sie noch austauschen. Wir werden sehen. Ich habe mich aber im letzten Mal gar nicht getraut, hier aus dem Auswahlbildschirm zu gehen, weil wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Zwischensequenzen kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Packen wir es, oder? Alles gut. Wir können sogar noch mal mit dem Architekten reden. Ich hoffe, das geht nicht nochmal eine halbe Stunde. Ne, wie lang war es? Ein Viertel? Zwanzig Minuten? Keine Ahnung. Ich werde bald verschwinden. Wenn das geschieht, wird wohl auch das Tor aus dieser Welt verschwinden. Eure Kräfte werden euch nicht ewig zur Verfügung stehen. Ich verlasse mich auf euch. Pyra, Mytra und Rex. Äh, das hast du uns letztes Mal schon gesagt. Egal. Gut, dann laufen wir. Laufen, laufen, laufen. Fahrstuhl? Ja. Achso, äh, vielleicht sollte ich die Gelegenheit... Äh, 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 ja, ich hätte vielleicht doch einfach zu Klingen-Mia wechseln sollen. Haaaaaaah. Machen wir jetzt. Komm. Dürfen wir nicht. Super. Jetzt darf ich gut. Das war hier schon mal die Klinge richtig einsetzen. So, hier hätte ich gerne... Genau. Den nehmen wir weg. Und dafür nehmen wir... Achso, Mia müssen wir erstmal umwandeln. Äh, Mia. Mia wird zur Klinge. So. Weil wir ja irgendwie eine Fähigkeit haben, die Pyra und Mia zusammenverwenden können. Dann nehmen wir als zweiten Ja... Das ist jetzt die Frage. Ob wir... Na, wo habe ich denn die Aufstellung hier? Ob wir... eher auf Verteidigung oder Angriff gehen? Nehmen wir mal Sieg. Machen wir mal Angriff. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach. So. Da sind wir schon. Und auf. So. So. Da sind wir schon. Ja, wäre gut, wenn wir uns beeilen. Die sind ja jetzt schon alle tot. Ich meine, bei den Explosionen, da kann ja jetzt schon nicht mehr viel übrig geblieben sein. Wo müssen wir denn hin? Hä? Kolossushangar. Na, hier hinten, hier rechts geht es irgendwo einen... Ja. Das zeigt ja an, das Quest-Symbol, dass wir nach oben müssen, also... Ach, hier kommen wir nicht weiter. Na, super. So, haben wir mit dem Anglerfisch gleich Nias Harmonie noch erhöht, also... Harmonie-Ringe. Ja, sehr gut. Ist aber nur Wasserelement, glaube ich. Ja. Nein, nein, nein. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, oder? Nein! Lässt mich gefälligst in Ruhe. Boah, das sind mehrere. Hier greifen mich doch nicht alle an, hier. Kann ich wenigstens da nach oben? Ach, lasst mich doch einfach. Nee, hier komme ich auch nicht nach oben. Ist alles zu. Was soll denn der Dreck hier? Oh, ich nähere mich dem Ende? Nee, ich muss doch irgendwo nach oben. Noch mehr Viehzeug. Lasst mich! Da ist noch eine Treppe. Lasst mich, sagte ich. Da komme ich nicht weiter, verdammt. Muss ich hier über die Brücke? Nee, da ist nur eine Truhe. Aber es lässt mich trotzdem in Ruhe. Na gut. Uh, Photonsplitter. Noch ein Kernkristall. Ein Weltenbaumtropfen. Was ist denn das? Ist das praktisch? Schaden erhöht sich mit jedem Klingenwechsel um 10%. Cool. Cool, wen gebe ich das? Am besten Sieg, oder? Da ersetze ich das jedoch. Ich hoffe, der wechselt auch fleißig dann. Das ist natürlich cool. Das behalten wir. So. Aber hinten ist noch eine Brücke. Okay, alles klar. Da geht's aber auch nicht weiter, oder? Nee. Und die Türen waren doch alle zu? Das ist doch... Hä? Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn verdammt nochmal hin? Wann ist das denn gedacht? Ich muss doch da rüber. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber immerhin habe ich da wenigstens diesen wilden Baumtropfen. Der ist ja cool eigentlich. Geht's hier noch weiter hoch? Ja, ich muss ja eigentlich noch weiter hoch. Oder ist da vorne dieser Fahrstuhl? Ich hab's einfach nur verrafft. Nee, hier ist noch so ein Terminal. Das muss ich wahrscheinlich bedienen. Oje. Ach. Keine Talentprüfung. Nein, mal hin. Das war jetzt nochmal eine Befürchtung. So. Dann müssen wir hier... Lasst mich in Ruhe. Hier durchkommen. So. Das öffnet sich von oben nach unten. Okay. Gut. Kann man machen. Ist bei so einem Riesentor vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ha. Dann halt nicht. Wenigstens ist mir nur einer gefolgt. Wenigstens ist mir nur einer von denen. Was? Der verpisst sich jetzt einfach? Dann verpisst ich halt. Was? Habe ich jetzt nichts gegen. Ja, ich habe doch hier noch einiges zu laufen. So viel zu großes Finale. Ist noch ein Harmoniegespräch? Oh, oh. Da. Harmonie. Na. Malus ist ein starker Gegner. Aber wir können jetzt schlecht das Handtuch werfen. In der Tat. Wenn wir jetzt die Hoffnung aufgeben, bleibt von Allrechts nichts übrig. Das würde allen Leuten, die uns etwas bedeuten, den Tod bringen. Und vielen weiteren Unschuldigen auch. Wäre schlimmstes Ereignis. Das hier geht nicht nur uns an. Jin, die Torner und alle in ganz Allrechts zählen auf uns. Wir hatten mit vielen Problemen zu kämpfen, aber wir haben es bis hierher geschafft. Dies mag das Gewaltigste der bisherigen Hindernisse sein, aber wir können es so wie alle anderen überwinden. Wenn alle Freunde Strang ziehen, ist nichts unmöglich. Das ist sie. Unsere finale Schlacht. Zeigen wir ihnen, was Meister und Kling gemeinsam bewirken können. Ja. Okay. Das gibt doch jetzt hoffentlich einen ordentlichen Harmonie-Boost hier, oder? Ja. Na, immerhin. Haigeon. Mia. Ja. Ah, guck mal. Haben alle nochmal einen Boost gekriegt. Ei, 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 ei. Sehr schön. Sehr schön. Guckt mal. Gucken wir gleich nochmal durch. Du hast nichts gekriegt. Mia hat einen Ring freigeschaltet. Poppy hat einen Ring freigeschaltet. Ui. Und ein Harmonie-Erfolg. Was ist das? Sprungkraft. Bringt mir jetzt auch nicht mehr viel, glaube ich. Pandoria. Geschwindigkeit von Outdoor-Angriffen. Sehr gut. Agatha kriegt auch noch einen Ring. Die ist ja noch relativ frisch dabei. Egon. Egon. Auch ganz frisch dabei. Wasser. Altes Wissen. Sprungkraft. Ja gut. Das hat auch einen schönen Boost zumindest für die jüngeren Klingen gegeben. Schadet nix. Ach Gott. Und Vertrauen auch noch. Genau. Jawohl. Ja. Ei, 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 ei. Ja, wir sind fast da. Dann geht's auch schon zum finalen Kampf. Ist die Frage, ob wir den jetzt auf Anhieb packen. Viel Zeit haben wir ja eigentlich auch nicht mehr. Ah, wobei. Ja. Noch haben wir Zeit. Du schreitest durch diese Tür, gibt es kein Zurück mehr. Solltest du den vor dir liegenden Kampf verlieren, kehrst du zurück zum Titelbildschirm. Dein Spielfortschritt wird vor dem finalen Kampf gespeichert. Ja, da wäre ich Fan von. Da wäre ich großer Fan von. Ich speicher vielleicht. Ich speicher selber. Ich speicher selber. Okay. Wir stehen vor dem Finalkampf. Ganz eindeutig. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Wahrscheinlich ein Riesen-Mega. Dann lass uns mal versuchen. Ansonsten bis zur nächsten Folge tweaken, ne? Können wir sehen. Nichts! ...Sin? Ja, das stimmt. Nur so? Lass uns die Hände und die Hände zu sagen, was das passiert? Was ist das? Sie haben die Schömmelung gebetet. Das ist der Schömmelung. Dann... ...ich würde ich sagen. Metsu... ...Hon-Sin? Huh? Was ist das? Das ist mein Grund? Mets! Ich weiß nicht, was ich. Ich habe mich schon mit dem Sinn. Das ist nicht mein Geist. Das ist mein Geist! Das ist alles aus dem Eich! Soll das? Ich kann nicht sagen, dass ich ein Segen oder ein Segen von der Lüge sage. Das ist dein Geist. Ich habe mich nicht mehr was, Habe gesagt, was ich warst? Aber das ist das Problem, was ich nicht mehr so, Mensch! Ich habe mich nicht mehr als Habe als Habe zu sein, was ich nicht mehr so, was ich nicht mehr so. Aber ich habe mich nicht mehr als Habe, was ich nicht mehr so wie er ist. Ich habe nichts zu wünschen. Ich habe auch nichts zu wünschen. Aber... Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung! Die Worte haben dann nicht geholfen. Ich bin nicht mehr, aber ich hatte Angst. Was ich nicht vergessen? Was ich vergessen? Was ich vergessen? Was ich vergessen? Die Säge ist ein Schreck. Ich verlese mich gegen diese Schreck. Ich habe das Schreck. Das ist ein Schreck. Das ist ein Schreck. Das ist ein Schreck. Das ist das Welt, was ich hier? Ich habe nicht vergessen, dass ich auch dort bin. Wenn ich da, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich da... Ich denke, ich bin da, dass ich da, oder wie ich da? Das ist das, was ich. Ich habe keine Ahnung, G.J. Ich bin auch ein grosser Mensch. Ich bin unbezüglich, nicht zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay, wie ich schon sagte, ein Riesen-Meka. Und wie soll ich den jetzt bekämpfen? Wie soll ich den denn bekämpfen? Ich komme ja gar nicht an den Drang. Ankerschutz bringt wahrscheinlich auch gar nichts. Nee. Das war vielleicht doof. Wir sollen noch die Habonierung halten, verdammt normal. Da sind die Tränke. Haha. Ja, ist vielleicht doch besser. Was? Das heilt nicht? Wieso? Was ist denn das jetzt schon wieder für eine komische... Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Jetzt wieder klingelfest, ich hatte es. Es wird nichts Nervigeres. So, und jetzt die haben Nia auf Max und vielleicht noch warten bis Nia soweit ist. Ah, okay, also muss ich mit Nia. Aber wirken Tränk jetzt überhaupt nicht? Doch. Wollt grad sagen. So. So, jetzt bleiben wir hier stehen. Steigt die Harmonie nicht mehr? Wieso nicht? Wieso steigt denn die Harmonie nicht mehr? Achso, hätte ich nicht gebraucht, egal. Hätte ich danach gebraucht. Oh oh, das gefällt mir nicht. Ich komm auch nicht mehr dran. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nix passiert. Alles gut. Ich könnte hier einfach mal zu Pyra wechseln. So. Dann kann ich nämlich auch den Vierer auslösen. Kann ich jetzt nie... Wieso kann ich den Schwierer nicht angreifen, weil der da hinten ist? Was? So, warten wir auf so jetzt. Mal schauen. Jawoll. Da ist jetzt irgendwas gebracht? Hm. Ich komm ja gar nicht an den dran. Was muss ich denn jetzt tun? Achso, da ist was hinter uns. Wo kommt der denn her? Du meine Güte. Das war vielleicht ne Dori Idee. Wir sollten vielleicht... Ja, aber... Dyrann Mythra erwecken bringt ja gerade auch nicht wirklich was. Ey! Ich will den Drang! Wieso ist gerade alles wütend auf mich? Weil ich die Wutminderung nicht mehr drin habe in meiner Ausrüstung. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Oh! Voll, dann wird sich beschäftigt meine Leute am Leben zu halten gerade. Ah, nicht umwerfen! Kann man den anderen wieder angreifen? Ja, können wir. Gehen wir lieber auf den Iron wieder. Jetzt, später! Ihr könntet mir ruhig helfen beim Tränke einsammeln. Wirklich! Da hätte ich nichts gegen! Was? Keine Tränke? Ach. Nicht gut, nicht gut. Toha! Nein, zu spät! Na, helft mir doch mal meinen Tränke einsammeln. Was ist jetzt? Hä? Habe ich es schon geschafft? Habe ich es schon geschafft. Wirkung! Wieso! Wieso? Wieso? Ich kann es noch nicht sehen. Das ist kein Gutes! Die Verteidigung! Ich bin der Macht! Der Fall, die Welt wird anders sein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017